Herzlich Willkommen du Völkerfan da draußen. Ja, schön, dass du zu der letzten Kampagnenreihe unserer Völker 1 ja, unserem Völker 1 Let's Play hier ja, ja, einfach dabei bist, eingeschalten hast und wir starten nun mit den Amazonen. Wir haben die Pemons, wir haben die Satchiki fertig und nun werden wir die Amazonen machen. Zeit der Veränderung, Natur spielt verrückt, Regierung erklärt Ausnahmezustand. Wie bereits in den letzten Tagen berichtet, fallen unsere Landmassen zunehmend dem unerklärlichen Anstieg des Wasserspiegels zum Opfer. In der Bevölkerung macht sich laut letzter Umfrage bereits Panik bereit und sie verlangt von der Nationsoberschwester umgehend Schritte, die zu einer Lösung der missachtlichen Lage in Nordamazonia führen. In einer ersten Stellungnahme heute Morgen erklärt die NOS Larissa Keroni Mack, dass sie nun mit dem Krisenstab einen geeinigten Maßnahmenkatalog ausgearbeitet hat. Das Ziel dieses Planes ist es, in kürzester Zeit die Bevölkerung für eine Evakuierung vorzubereiten, wobei Frauen noch keine genauere Angaben zum tatsächlichen Zielort dieser Unternehmung geben wollte. Frau werde dies noch zu einem geeigneten Zeitpunkt bekannt geben. So, aber echt immer Frau, Frau. Ja, wahrscheinlich tun die Larissa damit abkürzen. Die Bevölkerung ist jedoch zu ungeteilten Treue aufgerufen. Wieder einmal steht die Frage im Raum. War es tatsächlich eine gute Idee, sich vor geraumer Zeit von den Südamazonen zu trennen, die jetzt ein möglicherweise sicheres Gebiet verweilen? Die Nahrung darf nicht unter 5 Einheiten singen, bau eine Werft, bau eine Werft, eine Botschaft, eine Kaserne. Eine Bevölkerung wünscht sich einen Zeitungsstand. Wow, 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 wow. Zurück zum Spiel. Wow. Äh, Werft, äh, ja. Wir speichern irgendwie die ganze Zeit auch immer auf Shipman. Okay, wir haben jetzt noch 10 Missionen. Wir müssen eine Werft, eine Kaserne bauen. Was haben wir denn an Essen? Okay, das ist schon mal ganz ungeil. Äh, ihr macht hier mal, du machst hier. Äh, ihr beiden macht hier. Ihr macht hier. Ja, okay, hier. Okay, zack. Wir bauen erstmal ein Lagerhaus. Wir müssen eine Werft, eine Kaserne errichten. Haben wir denn hier ein Forschungsgebäude? Natürlich nicht. Okay. Weil dafür haben wir eine Schule. Äh, ja. Okay, ja, wir hauen die mal auf schnell. Ist doch kein Problem. Wir dürfen halt nur nicht unter diese... Ja, unter diese Dinge ins Kommen, ne? Ja, das ist ein bisschen crazy hier, ne? Sammelt von mir aus das ganze Obst. Ist mir scheißegal. Könnt ihr ruhig machen. Äh, so. Wir müssen eine Kaserne bauen. Eine Werft. Können wir die Werft schon bauen? Oh, nee. Das müssen wir ja alles noch erforschen. Das ist euer fucking ernst. Ein Gebäude ist fertig. Okay. Wir gehen aber mit dem Essen nicht hoch. Ackerbau. Ist mir jetzt egal. Die kriegen erstmal einen fetten Ackerbau dahin geballert. Ja, wir haben 142. Ja, erforschen mal. Das meine ich halt immer spielen, ne? Das ist halt so dumm, ne? Hier, äh, Kakaoplantage. Wir bauen auf jeden Fall definitiv, äh... Es darf nicht unter 5 kommen, ne? Äh, Moment. Hier, zack. Äh, äh... Dann können wir nämlich die Werft bauen. Und wir bauen hier mal zwei... Plantagen hin. Das ist immer ganz ungeil, ne? Oder gehen wir hier runter. Äh, dann können wir hier zwei Stück direkt bauen. Forschung ist eh abgeschlossen. Äh, machen wir mal Schrift. Du bist hier irgendwo. Dann lauf mal hier entlang. Hauptsache irgendwo, wo es Tiere gibt. Forschung abgeschlossen. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Zeitungsstand. Ah, das ist immer ganz uncool. Äh, die nächste ist gleich fertig. Ja, wir bauen noch zwei hin. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Gebäude wird errichtet. Gebäude wird errichtet. Das glaube ich auch nicht so ganz... Ein Gebäude ist fertig. Unnütz für uns. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Kriegertappe. Und ihr haut direkt genau... Oh, fuck, fuck, fuck. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Gut. Gebäude wird errichtet. Was brauchen wir? Äh, Botschaft? Haben wir nur Botschaft noch gebraucht? Ach, Botschaft. Bau eine Werft, eine Botschaft, eine Kaserne. Okay, zurück zum Spiel. Äh, ja, Botschaft brauchen wir auch noch. Ganz ehrlich, brauchen wir so viel... Den ganzen Kram brauchen wir noch nicht. Auch weg. Ein Gebäude wurde abgerissen. Forschung abgeschlossen. Scheiße, scheiße, scheiße. Bringt da Essen hin. Ausbildung abgeschlossen. Mist, los. Ein Gebäude ist fertig. Ein Gebäude ist fertig. Ich habe keine Ahnung, ob das uns was bringt. Wenn man es trotzdem mal Diplomaten... Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Oh, fuck you, ey. Ja, aber es ist gut, es ist gut. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Zeitungsstand. Ja, wir könnten es so hinkriegen. Ja, es ist schon mal... Ja, es wächst. Sehr gut. Huh, okay. Die können anfangen hier zu pflanzen. Das ist mir eigentlich egal. Die haben Essen. Perfekt. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Werft irgendwie... Äh, die Kaserne irgendwie noch gebaut kriegen, ne? Die Gebäude ist fertig. Forschung abgeschlossen. Passt. Forschung abgeschlossen. Kaserne, da haben wir es doch. Äh... Scheiße. Scheiße, Mist. Ja. Gebäude wird errichtet. Aha, scheiß Dreck. Vielleicht war es auch gut, ne? Dass wir da erstmal irgendwie... Dass wir da erstmal irgendwie das gebaut haben. Vielleicht hat es auch seinen Vorteil gehabt. Ein Gebäude ist fertig. Ein Gebäude ist fertig. So, haut es mal drauf. Genau, sieben. Ah, passt. Sollte passen. Kommt. Wir haben genügend Essen. Wir haben es gerade so geschafft. Niedrigste, was wir bisher hatten, waren acht. Deswegen perfekt. Ja, vier Stück brauchst du auch. Vier von denen... Vier von denen brauchst du auch. Das ist echt so. Okay, aber wir müssten gleich, wenn wir die Kaserne auf... ...erforscht haben, müssten wir es eigentlich haben. Das ist ja überhaupt kein Problem hier. Ja, dann haben wir es perfekt, oder? Sehr gut. Dann hauen wir noch die Kaserne hin und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. Okay, aber es war glaube ich auch gut, dass wir es abgerissen haben, weil... ...sonst hätten wir es mit dem Essen vielleicht nicht hingekriegt. Jetzt wären wir genau vielleicht in dem Moment... ...gefallen. Ich glaube wirklich, das Schwerste in der Mission ist wirklich hier, das mit dem Essen hinzukriegen. Aber wir haben jetzt alles perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm. Und da haben wir es doch. Sehr gut. Verzweifelter Angriff. Hungersnot. Und Volk fordert Schritte. Augenzeuge zufolge kamen es auf der bisherigen Fahrt unserer Flotte an Bord mehrerer Schiffe zu einer Streiterei und Dessertstücke. Diese Verletzungen beschränken sich jedoch bisher nur auf kleine Biss- und Kratzwunden. Trotzdem verschärft sich die Situation zunimmt. Es erhebt sich bereits Stimmen, die von der Nationsoberschwester... Warum sag ich mal national? ...einer Umwandlung der bisherigen friedlichen verlaufenden Überfahrt in den kämpferischen Verlangen. Frau wird sehen, ob die NOS im Hinblick auf die nächsten Wahlen dieses Unterkünfte... 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 Unter... Unkennrufen, was Rechnungen tragen wird. Eine mögliche Auswirkung wäre dann der Angriff auf einer von Satschiki besetzten Insel, die in nördliche Richtung vermutet wird. Auf der Rohstoff... Äh... Rohstoffvorkommen vermutet wird. Auch unser Blatt bezieht eindeutige Stellen. Wie lange wollt ihr uns noch hungern lassen? Ganz klar produziert Nahrungseinheiten, vernichtet dieser Satschiki. Okay. Dann würde ich aber hier sagen... Wir speichern. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut.